So, das ist jetzt Milking auf Weltuntergang. Es hat gerade angefangen zu regnen. Das sind wahrscheinlich unsere letzten Grüße noch lebens. Und jetzt geht das Gewitter los. Ich halte mal bloß rauf, das reicht mir auch. Also es blitzt und ist gleich... Oh, Alter! Wir haben vorsichtshalber schon alle Geräte rausgenommen. Außen vom Strom, aber jetzt zieh alles raus, was du hast. Jetzt ziehen wir gleich Fähnle hier raus, wo du dich mir sicher hast. Alter Schwede, da kann man hier gleich zack! Also ich möchte hier nicht draußen sitzen. Ja, was hat die mitnehmen sollen? Ja, ich grüße noch mal meine Frau und meine Kinder. Ich weiß nicht, wie das Tierende ist. Guck mal, rechts ist schwarz. Boah, jetzt dreht der Wind ja auch noch alles hier oben. Komm, komm. Links ist etwas Lichtblick, aber da möchte ich auch nicht sitzen. Guck doch mal, das letzte Mal Tageslicht. Da hinten kann man noch Licht erkennen. Obwohl, da möchte ich auch nicht sein. So, wir konzentrieren jetzt mal auf die rechte Seite jetzt gerade unterwegs. Alter Schwede, da ist er nur am Rammeln, ne? Das werde ich verliefen können. So, wir müssen erst mal hier, ne? Vorbereitung, Bier, Zigaretten, das Überlebens-Paket. Alter! Ich glaube, ich werde ihn nicht erschlagen vom Tritt. Ein Platz. Boah, Alter, da kommt mal wieder Piss, da siehst du ja gar nichts mehr da hinten. Marmelse kann man da noch hingucken, auch wenn es regnet. Oh, jetzt hier, da hört man zu blitzen, oder? Nein, ey. So. Oh, jetzt hier, da hört man zu blitzen, oder? Aber merkst du, es sind feine Regentropfen, die da. Ja, ja, ja. Zum Glück sitzen wir auf der Rückseite. Da kriegst du ja gerade so ein bisschen... Man weiß nicht, ob hier ein Blitz einschlägt, hier im Baum, oder so. Da haben wir ein Problem. Oh. Okay, es regnet jetzt ein bisschen stärker. Ey, was? Oh. Oh, oh, oh. Also es blitzt auch sehr viel oben in den Wolken. Ohohoho, mach du den Rummel, ey. Alter, da kommt der jetzt noch richtig auf uns zu. Mama. Also hundertprozentig ist nachher das Strom weg. Ja. So, jetzt wird's Wind. Hm. Jetzt wird sie noch umgrenzt. Oha, fritzig. Spannte Rummel. Der war etwas dichter. Ja. Genau zum Fahrhol. Ja. Und ich hab auch gegessen. Ich schwör. Ich auch. Ja. 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 Lass mich mal ein bisschen an die Tür stellen. Fucking wet. Willst du reingehen? Lieber Schwede. Mein Handy muss viel aushalten. Die Ecke hinten, das ist mir trocken oder was? Ja. Kann ich nicht mal ein bisschen weg hier? Scheiße, warte. Oh, war es jetzt schon? Wow! Das fliegt auf der ganzen Tür. Fuck! Das ist gar nicht so an der Tür. Das ist ja ruhig. Das ist ja ruhig. Das ist ja ruhig. So. Die Wagen ist ja ruhig. Die Sicht ist klar, aber Mir im Arsch Was rum ist jetzt doch anders, ne? Die Sicht ist klar, aber Die Sicht ist klar, aber Die Sicht ist klar, aber